Das ist gar nicht so verkehrt, wie ich das hier jetzt gerade mache. So, mit den Drachen ist das richtig gut. Wie viele Ims habe ich eigentlich noch? So, das passt schon. Wie viele Kreaturen hat der noch? Der hat noch eine. Auch nicht mehr lange. Ich finde es übrigens interessant, dass er auf einmal die Schnauze hält. Auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Bis eben hatte er ja noch eine ganz große Klappe. Aber jetzt auf einmal ist so was von Mucksmäuschen still. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Dann kann ich das doch hier sagen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. So, der macht es nicht mehr lange so, wie das hier aussieht. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Im Prinzip kann ich quasi hier sagen. Leg mal los. Wow. Leg auch mal los. Ihr habt jeglichen Widerstand gegen eure Herrschaft gebrochen abscheulicher. Es ist nun an der Zeit, die Muskeln oben bei den pathetischen Einwohnern spielen zu lassen. So, gewonnen. Das heißt, wir können jetzt einfach... Naja, können wir nicht. Ist noch nicht unsere Schatzkammer, aber demnächst. Und... Ja, sehr schön. Eine Tür wurde hergestellt. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Ich habe schon wieder Kohle bis zum Abwinken. Auf einem geknarrischen Raum. Und... Ähm... Nö, lassen wir. Ach doch. So. Ähm... Dieses Land ist eueres. Ja, ja, ja. Blabla. So. Die Schatzkammer da unten können das eigentlich mal meine machen. Aber ist ja jetzt eigentlich alles egal. Schatzkammer ist da. So, gehört nun alles uns. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Einfach für die nächste Karte. Ähm... Ich denke, ich werde jetzt nämlich... Ich speichere auch nochmal unter TMP. Moment. Na... Ich bin gespeichert. Speichern TMP. Ähm... Werde ich ja noch einen Kreaturen-Transfer habe. Ich bin gespeichert. Keine Falle wohl. Ähm... Einfach, weil ich am überlegen bin, was die nächste Karte wohl bringen mag. Ähm... Auf der anderen Seite, wir sind mit der eisernen Jungfrau bisher immer so gut gefahren. Einfach, weil das Mädel so klasse ist. Also... Es ist voll genügsam. Und... Ähm... Beschwert sich nicht großartig. Und... Ähm... Ist aber ein Hammer-Teil. Also... Es haut ordentlich aufs Maul, das Ding. Da ist eben fast die Überlegung... Ja, ist ja gut. Wie viele sind es eigentlich? 30. Sag, sag. Stolzer Betrag. Okay, halleluja. Ähm... Ist eigentlich fast die Überlegung... Wie gesagt... Ach, kann ich ja eigentlich mal ausmachen. Und da ist eben... Eben die Überlegung... Und da ist eben die Überlegung, ob ich nicht sag, ähm... Eisernen Jungfrau ist eigentlich genau das Richtige. Eine Tür wurde hergestellt. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ja, äh... Ich denke, ich nehme einfach die eisernen Jungfrau. Ich fackel jetzt auch nicht mehr lange. Wir wollen ja diese Karte auch abschließen. Ähm... Da war es nicht. Da war es auch 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 nicht. Da war es. Ihr habt Anspruch auf einen Gegnerischen Raum. So, und dann sage ich doch hier... Höllenhund Level 10 ist auch nicht schlecht. Eiserne Jungfrau Level 10. Genau. Dann haben wir die Sache erledigt. Und dann können wir eigentlich diese Karte auch verlassen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ja. Mal schauen. Kein Gelaber? Okay, kein Gelaber. Angelockte Kreaturen, Effizienz, blablabla, Zeit, Stil. Super. Ausgezeichnet. Wieder Platz 1 bekommen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. So, da sind wir drauf. Adenerland. Ein kleines Gebiet, in dem die Leute einfach nur herumsitzen und sich gegenseitig ihrer Gesellschaft erfreuen. Sie reden, lachen und singen, ohne jemals zu streiten, Messer zu ziehen oder elendig zu sterben. Ein wirklich bizarrer Ort. Absolut. Und das wollen wir verändern. Baden. So, ich hatte es ja bereits in 13 angekündigt, dass ich demnächst für eine Zeile, äh, für eine Zeile, für eine Weile nicht allzu viel Zeit haben werde. Ähm, weswegen... Ui. Ein Eingang wurde erobert. Ihr müsst ein Verhältnis für eure Kreaturen bauen. Machen wir. Die beiden anderen Keeper in der Region haben ihre Meinungsverschiedenheiten momentan beiseite und ihre Truppen zusammengeschoben, um euch zu vernichten. Das ist schon fast ein Kompliment. Macht sie fertig. So, dann wollen wir das doch mal schauen. Äh, wieso habe ich meine Eiserne? Eine Jungfrau nicht? Ich habe doch gesagt, Kreaturen-Transfer-Eiserne-Jungfrau. Naja, egal. Kriegen wir anders hin? Ähm, das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever hier, grad. Fällt mir da grad auf. So, dann machen wir doch immer Goldbum. Also Schatzkammer. Ach ja, was ich sagen wollte. Ich hatte es ja schon in 13 erzählt, ähm, dass ich ja in nächster Zeit nicht sonderlich viel Zeit, äh, viel Zeit für, für unsere klassisch guten Vorspiele haben werde. Und deswegen, ähm, und deswegen, ähm, die Tonspur etwas leiden wird, äh, abgesehen davon, dass die natürlich bei Dungeon Keeper immer mit den Videos asynchron ist. Ähm, da muss ich mich auch mal ein bisschen mehr drum kümmern. Aber dieses Mal werde ich mich da auch noch nicht wirklich drum kümmern. Einfach, weil ich jetzt viele, 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 viele Folgen produzieren möchte, damit ihr auch wirklich immer noch jeden Tag eine Folge bekommt. Und wie gesagt, ich werde die Folgen dann nicht mehr Kontroll hören und die Qualität wird ein bisschen leiden. Tut mir leid, finde ich schade, aber nun gut, so ist es halt. So, dann machen wir hier mal eine kleine Bibliothek. Gold habe ich ja gerade, Gott sei Dank, genug. Und ich glaube, das wird auch in nächster Zeit erstmal so bleiben. So, die schmeißen wir doch jetzt schon mal gleich in die Bibliothek. Den auch. Die schicken wir doch gleich mal zum Trainieren. So, haben wir noch einen Raum noch? Ne, noch nicht. So, die sind da unten. Und haben hier oben ganz schön viel Gold. Ich muss mal schnell die Karte ein bisschen begutachten. Okay. Das ist das hier. Das hier ist das. Und da hinten ist dann... Hier der Spaß. Für mich sieht es aber... Hm, zum Kotzen. Für mich sieht es aber mehr danach aus, als ob das nur einer wäre. Muss ich da mal sagen. Ne, es sind zwei. Die haben aber nur einen Eing... Äh, die haben gar keine zwei Eingänge. Ich habe doch die zwei Eingänge. Na gut, sei es drum. Ist ja auch halb so wild. Du gehst schon mal gleich hier... Links kommt und du gehst hier trainieren. So. Jo, ist ja gut. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, wir brauchen ein größeres Versteck, hoffen sich. Gut. Ähm, ich könnte erstmal ein paar Jungs neu machen. So, und ein größeres Versteck. Dann bauen wir das doch mal hier hin. So. Und du gehst bitte trainieren. Und dann brauchen wir wahrscheinlich den Max auch einen größeren Trainingsraum. So. Das ist ein Wachposten in dem... Okay, die arbeiten hier quasi das Gold ab. Ein neuer Spruch. Und kommen schon. Direkt von da unten. Und von da oben.